Es gibt hier ganz neu von Hydrofogal den Antitransparent Deo Stick. Ist mit Doppelschutz, ist auch ohne Utyl-Alkohol, ist super erfrischend und ich liebe den Durst. Weiter geht's mit der neuen Augentuchmaske Cryo Jelly von Garnier. Ich liebe sie. Dank der Augenpatz wird die Haut nämlich sogar bis zu minus 7 Grad heruntergekühlt. Es ist ein sofortiges, frisches Gefühl und die Augenpartie schwillt komplett ab. Das neue Anti-Aging Hyaluron Serum von Judith Williams hat mich ein bisschen enttäuscht. Es riecht nämlich sehr stark nach Parfum, hat aber eine hochkonzentrierte Formulierung mit 2% Hyaluronsäure. Also das ist ein dickes Plus, aber ansonsten ist es auch sehr klebrig auf der Haut. Von Larive hatte ich ja schon die Rosane Edition getestet. Jetzt kommen wir zur Goldenen und die ist genauso gut wie die Rosane. Die Rosane ist so ein Dupe von Comla Vie a Belle. Der Goldene hier riecht ein bisschen mehr nach Jasmin, aber super schöne goldene Schimmerpartikel, perfekt für den Sommer. Ein dicker Pluspunkt bekommt der Gesichtsreiniger Puderzumilch von Formy auf jeden Fall, weil hier komplett auf Plastik verzichtet wird. Ansonsten finde ich, ist es aber sehr schwer zu dosieren mit der richtigen Menge an Wasser, die man hinzubringen kann.